Ja, ich bin hier gerade fleißig am Aufräumen, aber nach dem Mai mit den vielen Ankündigungen und der WWDC und allem hat sich das ein bisschen aufgestaut hier. Und ja, ich bin fleißig am Ausmisten, Entsorgen, Zurückschicken und dabei entdecke ich hin und wieder auch Sachen, die mir zugeschickt wurden, die ich noch gar nie getestet habe. Beispielsweise das da, schaut mal. Eine Handyhülle, wo Raphael immer sagt, er findet Handyhüllen doof. Also, ich glaube, ich muss das schnell erklären. Ich habe ja neulich bei Samsung kritisiert, dass sie nicht G2 haben. Dann ist Pitaka gekommen und hat gesagt, wir haben eine Hülle dafür. Jetzt halten die Sachen halt doch magnetisch hinten dran. Das ist super cool und hat das Problem gelöst, was mich wirklich genervt hat. Das Lustige war aber, diese Pitaka-Hülle, die sie mir damals geschickt haben, ich nutze die immer noch. Ich mag die lustigerweise, weil sie halt so nicht eine Hülle, wie man es sonst kennt, weil sie praktisch alle Stellen freilässt und man das Handy bedienen kann, als wäre keine Hülle dran. Auf jeden Fall, ich hatte überraschend Freude an der Hülle. Ich als Hüllen-Nörgler und die netten Leute von Pitaka müssen das gesehen haben und haben mir noch eine Hülle geschickt. Ja, ich habe die nicht bestellt, sie haben sie einfach geschickt. An der Stelle schnell der organisatorische Hinweis, liebe Hersteller, bitte schickt mir nichts, was ich nicht bestellt habe. Das ist immer das Allermühsamste. Da muss ich es mir angucken, wieder zurückschicken oder im schlimmsten Fall entsorgen, ins Recycling geben und nein, bloß keine Sachen schicken, die ich nicht bestellt habe. Das ist immer sehr, sehr mühsam. Aber in dem Fall ist es eben spannend, weil das Ding verspricht mehr Knöpfe. Ja, die haben da irgend so einen NFC-Trick gefunden, wie man zusätzliche Knöpfe ans Galaxy-Handy kriegt. Ich habe große Zweifel, ob das funktioniert. Klingt nach einem blöden Hack, aber wir schauen mal. Wie kriegt man das auf? Achso, auf der Seite. Ach, ganz einfach, sogar magnetisch. Ich hätte es fast aufgerissen wieder. Da kommt die lustige Hülle und jetzt müssen wir dann vermutlich gucken, wie das funktioniert. Also gleich mal. Die Hülle, die ich unglaublich mag, fühlt sich viel hochwertiger und samtiger an. Die hier fühlt sich eher so gummig-plastikig an. Aber, das seht ihr schon. Die haben hier drei Knöpfe, die irgendwie per NFC ausgelöst werden. Ich bin ja so gespannt, wie das funktioniert. Also, machen wir da mal die weg, die ich drauf habe. Na, willst du wohl. Mittengrund, warum ich keine Hülle mag. Man muss sie da immer so ein bisschen wegwürgen. Also, scan the QR-Code. Aha, da müssen wir noch einen QR-Code scannen. Machen wir alles nicht. Das werden wir schon hinkriegen. Das kann so schwierig nicht sein. Das ist ja eine Hülle. Dran haben wir sie schon mal. Und jetzt sind da diese lustigen Knöpfe. Braucht das jetzt eine App oder wie funktioniert das wohl? Na, entsperren wir mal. Ah, hat sich neu gestartet. So. So, jetzt sind wir wieder startklar. Jetzt mal schauen, was passiert, wenn ich da drücke. Ups, jetzt habe ich zwei Knöpfe gleichzeitig gedrückt. Das war nicht die Idee. Software-Update. Nein, keine Software-Updates für dich. Ah, seht ihr? Neues Tag erkannt. Leeres Tag. Ah, dann kann man die dann programmieren. Natürlich erkennst du die nur einmal, wenn man es drückt. Das ist ja witzig. Ja. Ich gehe das mal einrichten, ausprobieren. Und dann schauen wir, ob sich dieser Hack bewährt. Oh, jetzt kommen hier ganz viele Nachrichten rein. Ja, ich muss jetzt gerade wieder mit Strom versorgen, das Galaxy. Es war nämlich leer, während ich da in den USA war. So, also ich gehe ausprobieren und melde mich gleich wieder, ob dieses Pin-Button-Case, wie das Ding heißt, ob das praktisch ist oder ob das wirklich nur, wie ich vermute, ein Hack ist. Also, bis gerade. Ja, und da bin ich schon wieder mit einem Fazit von diesem Schnelltest. Ja, das ist jetzt nichts, was man monatelang zu Hause testen müsste, um zu schauen, ob es funktioniert. Es funktioniert. Schaut mal, ich zeige es euch. Ich drücke jetzt lang auf den oberen Knopf. Schwupps. Und schon bin ich in Bring meiner Einkaufslisten-App. Drücke ich lang auf den mittleren Knopf. Geht die Taschenlampe an. Übrigens lustiger Übersetzungsfehler. Samsung nennt das Blitzlicht. Ausschalten muss man es aber dann wieder hier in der Software drin. Nein, es funktioniert tatsächlich. Man muss einfach ein bisschen lang drauf drücken. Und ich zeige euch auch, wie es funktioniert. Weil ich brauchte überraschend lang, bis ich es begriffen habe, wie man das konfiguriert. Weil das Erklärvideo von Pitaka war so rasend schnell. Ja, ich musste fünfmal zurückspulen, bis ich es begriffen habe. Na, vielleicht nicht gar fünfmal, aber trotzdem. Also, man geht in die Einstellungen. Dann geht man unter, wo haben wir es versteckt? Modi und Routinen heisst es. Hier kann man ja wahnsinnig viel inzwischen bei Samsung sagen. Das ist echt cool. Dann macht man Routinen. Seht ihr, das sind die zwei, die ich programmiert habe. Jetzt machen wir noch einen. Wir drücken aufs Plus. Wenn. Mit NFC-Tag versehen. Jetzt nehme ich die untere Taste. Jetzt drücke ich sie lang. Eins, zwei, drei. Nenne sie unten. Okay. Und jetzt müssen wir nur noch sagen, was dann passieren soll. Da kann man alle möglichen Routinen, die Samsung ja hat. Das ist echt cool. Aber wir nehmen jetzt App. Öffnen eine App. Was nehmen wir? Haben wir hier gerade was? Ah, die Staubsauger-App. Ja, ich teste ja gerade diesen Dream-Staubsauger. Das trifft sich hervorragend. Und jetzt muss man aufpassen, dass man unbedingt Speichern drückt. Und jetzt noch irgendein Symbol, was ausschaut wie ein Staubsauger. Aha, das schaut aus, ein Staubsauger. Und dann, wenn ich jetzt lang hier unten drauf drücke. Eins, zwei, drei. Schwupps. Kommt auch schon der Staubsauger. Will er wieder? Nein, nix. Geh weg. Ja, der ist lustig. Aber das Video dazu folgt noch. Keine Sorge. Nein, es funktioniert tatsächlich. Man muss einfach so gefühlt etwa eine Sekunde drauf drücken. Das ist nicht wie bei den Knöpfen. Bei den richtigen Knöpfen, wo man einfach zick, zick und schon passiert was. Hier muss man schon eins, zwei. Und dann ist es da. Und das Lustige ist, was ich mich ja noch gefragt habe. Wie machen Sie denn das? Funktioniert das? Hat das irgendwie Strom drauf? Oder haben die da irgendeinen Trick? Um das rauszufinden, habe ich die Hülle weggemacht. Dann schauen wir mal, jetzt müssen wir das Handy natürlich entsperren. Machen wir die Hülle hinten, legen die die Hülle hinten dran und drücken die Taste und schauen, ob was passiert. Und seht ihr, es passiert nix. Also irgendwie, ich kann es mir nicht anders erklären, zwackt das irgendwie Strom ab, während, wenn es hinten an dem Handy dran ist. Weil, schaut mal, jetzt funktioniert es gleich wieder. Ups. Es funktioniert wirklich dubbelisicher, wie wir auf Schweizerdeutsch sagen. Wer also auf der Suche nach einer Lösung ist für drei Zusatztasten am Galaxy, ich kann das Ding wirklich nur empfehlen. Ich finde, die Hülle ist jetzt nicht so von der Haptik her so schön wie die andere. Ich habe die andere schon, habe ich die jetzt etwa auch entsorgt? Ja, ich bin fleißig am Aufräumen hier. Nein, ich habe die nicht weggeschmissen. Ah nein, da hinten liegt sie. Ich finde, die andere haptisch ein bisschen besser. Die schützt dafür besser, muss man sagen. Und hat natürlich auch die Magnete drin, also für alles G2 Zeugs. Ich werde jetzt mal die noch dran lassen und einfach mal schauen, aber finde ich wirklich einen beeindruckend guten Hack da mit diesen NFC-Tasten, die sie da gemacht haben. Also, ich wäre gespannt, ob es das nicht bald auch mal für andere Handys noch gäbe. Kommt ein bisschen darauf an, wie gut die eben halt Routinen haben. Hier ist Samsung natürlich wirklich sehr, sehr vorbildlich, weil das Routinenzeug, was sie haben, ist wirklich sehr, sehr mächtig und kann sehr, sehr viel. Und davon profitiert natürlich sowas. Das Einzige, was mir jetzt schon aufgefallen ist, weil man die Tasse ja ein bisschen festdrücken muss, ist es mir hin und wieder passiert, dass ich dann irgendwie zwei gleichzeitig gedrückt habe, weil ich ja Gegendruck geben muss und das sind ja die anderen Tassen. Aber ich glaube, das ist etwas, was sich mit der Zeit einspielt. Nein, lustiger Hack mit drei Tassen am Galaxy und wäre schade gewesen, hätte ich das nicht gesehen, weil das hat wirklich Potenzial. Schlaue Idee. Hey, falls ihr sowas schon nutzt oder ähnliche Sachen, unbedingt unten rein kommentieren. Oder falls ihr damit schon Erfahrungen gemacht habt, positive wie negative, auch unbedingt unten rein kommentieren. Vielleicht habe ich etwas übersehen. Das ist immer das Spannende. Und in den Kommentaren sieht man dann auch Leute, die es im Alltag schon sehr, sehr lange nutzen oder die vielleicht irgendeinen Nischen-Case haben und dann wirklich Pech gehabt oder Glück gehabt haben. Das ist immer sehr, sehr spannend. Manchmal melden sich auch Leute, die beispielsweise blind sind und sagen, genau die Funktion, die du da nur so am Rand erwähnt hast, die ist für uns unglaublich großartig. Ja, so ist das immer wahnsinnig spannend. Also ich bin da selbst der größte Fan der Kommentare hier. Also ungeniert unten rein kommentieren, falls ihr irgendwas entdeckt habt oder wissen möchtet, was das Video gefallen hat. Daumen nach oben, falls ihr nicht, wir wollen das aber für das iPhone. Daumen nach unten. Ich vermute, das müsste auch funktionieren. Kommt ein bisschen darauf an, ob sie da eben irgendwie Strom abzwacken können beim iPhone. Das iPhone kann ja theoretisch auch Reverse Charging. Also ja, mal schauen. Die findigen Leute von Pitaka finden da vielleicht ja wirklich was raus. Und falls sie das tun, werden wir es hier im Kanal auch angucken. Und da lohnt es sich, ein Abo abzuschließen. Und dann sehen wir uns schon bald im nächsten Video, was dann wieder nicht so ein Turbo-Zwischendurch-Test wird. Obwohl es gibt noch so viele Sachen hier auszuräumen. Da könnte es sein, dass ich noch das eine oder andere Testgerät finde, was ich auch mal noch angucken möchte. Also, bis gerade.